Hier präsentieren wir die 5 beste Küchenbank-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Wasagle Sitzbänke für Esszimmertisch. Dieses Paar Küchenbänke von Wasagle zeichnet sich durch ein schlichtes, aber hochwertiges Design aus. Die Hartholzplatte wird von Beinen aus rostfreiem Stahl getragen, und da sie abgerundete Ecken hat, ist die Gefahr von Druckstellen gering. Zudem lässt sich das Seed mühelos unter den Tisch schieben, um mehr Platz zu schaffen. Wer von Vintage- oder Industriedesign-Möbeln nicht genug bekommen kann, wird von dieser Kollektion am meisten profitieren. Dank des Materials lässt sich dieses Seed ganz einfach mit einem feuchten Handtuch abwaschen. Nummer 4. Edemax Esszimmerbank Vilas mit Rückenlehne. Die Küchenbank von Vida XL bietet mit ihrer Kombination aus Holz und Kunstleder einen guten Ersatz für traditionelle Hartholzbänke. Sie ist perfekt für Fans von Vintage-Ware und bietet zwei Personen Komfort und Sicherheit beim gleichzeitigen Sitzen. Die Küchenbank hat eine glatte Oberfläche und ein eher traditionelles Design. Durch das klassische Design ist jede Küche funktional. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. AC Design Furniture Bank Thomas Diese Küchenbank Thomas von AC Design Furniture ist eine vielseitige weiße Bank im Landhausstil. Die Bank bietet nicht nur eine bequeme Sitzgelegenheit, sondern dank der klappbaren Sitzfläche auch ausreichend Stauraum. Aufgrund der Schlichtheit des Designs lässt Sie sich einfach in jede Art von Einrichtung integrieren. Dieses Produkt ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie Möbel mit einem schönen Aussehen schätzen, die mehrere Zwecke erfüllen können. Nummer 2. Fiene bei Esszimmer Sitzbank Massivholz Hesham Die Fiene Buhls Hesham Küchenbank ist ein traditionelles, geradliniges Design aus Echtholz. Auf einer Länge von 180 cm können bis zu 4 Personen bequem sitzen. Durch ihre zeitlose und freistehende Form kann diese Küchenbank in vielen verschiedenen Kombinationen mit anderen Möbelstücken verwendet werden. Wer handgefertigte Waren und Naturprodukte schätzt, für den ist diese Küchenbank im Landhausstil eine gute Wahl. Es ist auch wichtig zu betonen, wie unterschiedlich die einzelnen Herstellungsarten sind. Und die Nummer 1 unserer Liste, Wasagler Esszimmer Bank, gepolsterte Sitzbank Die schaumstoffgepolsterte Sitzfläche und die Solidität des Stahlrahmens dieser Wasagler Küchenbank bringen ihr Punkte ein. Sie kann bis zu 100 kg Gewicht tragen und bietet Platz für 2 Personen. Der dunkle und minimalistische Stil wird allen Liebhabern von modernen und geradlinigen Möbeln gefallen. Dank des Materials und der damit einhergehenden Pflegeleichtigkeit lässt sich die Bank schnell und einfach reinigen, ohne dass spezielle Reinigungsmittel verwendet werden müssen. Bei Platzmangel kann die Bank schnell unter den Tisch geschoben werden, was sie ideal für Menschen mit kleinem Budget macht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.